Jo meine Leute, heute auch mal wieder mit ner frechen geilen Simpsons, aber nur dass wir hier die Simpsons Umgebung diesmal haben und nicht wir als Simpsons verkleidet haben und der freche Willi, der ist auch am Start, heiho Willi! Und ja, wir haben es leider nicht geschafft, um zu in dem Team zu kommen, aber naja... Warte, ich versuche mal was... Ja doch, es funktioniert! Jo Willi, endlich in dein Team! Ist ja jetzt erstmal hier zur Erklärung... Hier hätten wir ein pinkes Haus, ich weiß nicht, was das eigentlich soll... Und ich weiß gar nicht, was das überhaupt mit Winseln zu tun hat... Willi! Wo bleibst du, ne? Du mit deinen 5 Kids, ey! Das gefällt mir nicht! Beeil dich, Willi! Joooo! Scheiß Nachhaltig des Pit, ey! Oh, ich lege gleich auf. Willi, 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 Willi. Wir reden ganz schön wenig, Willi. Ach, du konzentrierst dich nicht mehr aufs Spiel. Wie kann man sich dann konzentrieren, ey? Du konzentrierst dich gar nicht richtig. Du bist auf Level 5, D.O. Oh, jetzt bist du 6. Oh, 6 Kills, ich bin bei 20 Kills und der andere ist schon bei 4 und 3. 3 und 20. What the fuck? Der wollte ja mich jetzt nicht messern. 22, 22. Nein, er gilt nicht. Naja, zu meinen Leuten, das war's mit der fröschen, geilen anderen Zinsen. Und ich weiß gar nicht, was sie überhaupt so geil ist an sich hat, wieso ich mir die runtergeladen habe. Aber, die war ja ziemlich kurz dieses Mal, aber, naja. Ich hab ganz schön wenig davon geredet. Also, werf ich, guck ich noch, wo ich jetzt noch so draufkomme, auf was es ist. Jo, meine Leute, heute, also, heute, nein. Jetzt, nachdem ich die Simpsons Mod vorgestellt habe, hab ich mal nicht so gedacht, mach's mal einen Cut nach den 3 Minuten. Weil's mir dann, die mir doch ziemlich zu kurz war und dies, deswegen hab ich mal noch einen anderen Freund mit eingeladen. Und das ist der Susi-Kuh. Ich weiß nicht, wie er so heißt. Ach, das nennt man. Er ist mir egal. Auf jeden Fall, er hat schon, dir was? Ach, ne, ich hab dich grad verwechselt. Sorry, bro. Du, du, alter. Ich hab gedacht, du wärst... Wenn man mal nicht gleich alles denken soll. So, nein. Du bist, du bist im roten Team. Wie, wie hab ich dann gedacht, du bist... Hä? Nein. Auf jeden Fall, du bist... Achso, da, Skid. Mauser. Mäuser. Ja, wohl nicht grad wirklich so gut, ey. Leute, ich hab die Nacht durchgezoppt, zeig ich euch. Also. Und hier, der hier hat mir geholfen. Ein schöner Monster. Hat mir schön geholfen, die Nacht zu überstehen und durchzuzocken. Und ja, ich werde eigentlich jetzt nur bis fünf Minuten machen. Aber, naja. So doof zum Treffen, oder wat? Ich würde sagen, bis zu 15 Kills und dann... Ich habe zwei Kills, dann haben wir es. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, ich nenne es... Keine Ahnung. Wo seid die hier? Mauser, wo bist du? Mauser, Mauser, oder wie du auch immer heißt. So, meine lieben Leute, das war jetzt schon der dritte, äh, der 15. Deckel und ich sage adios und ich hoffe euch die andere sind ein bisschen smart, hat ihr euch auch gefallen, obwohl man wenig davon gesehen habt. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.